Was haben wir denn da? Simpel. Wow! Hansi, jetzt mehr! Auf! Du, da fehlen ja noch jede Menge an Kaffee, Frau Christa. Aber das gibt's ja heute, ich hab's ja gerade erst hingelegt. Ja, dann hat's halt vielleicht zwischenzeitlich jemanden gewendet. Räto, kann's ein ausbrochen Blödsinn daher. Wer soll denn die Kaffeeleppen weg? Natürlich. Wer sollte außer mir? Bleib eh noch ich übrig. Oder kommt sonst noch wer in deine engere Auswahl? Immer bin es ich, wenn in dem Haus was Unangenehmes passiert. Ich hab das schon komplett übergeschnappt. Scheinbar leidest du wirklich von der Verfolgungswahn. Wenn wenigstens du mir ein bisschen verfolgen würdest. Nach deiner Mutter brauchst du des mit den Kaffeeleppeln mit Reifel zu sagen. Dein würde mir so ein verbrechen ohne weiteres Zutraut. Besuch doch nur ein Kranpott nach einem Brief im Grund, damit sie mir endlich loswerg haben. Christos! Geh! Da, da sind ja eh die Kaffeeleppeln. Wollen wir uns weg? Jetzt sind sie wieder da. Gleich, wenn sie wieder weg sein, ja. Sprinne ich oder spinne ich nicht? Dann darf der ganz oft auch krank sein. Du, krank bist du nicht. Aber Liebbauwitz!